Yo Leute und herzlich willkommen auf dem PlayerSubChannel, ich bin euer Silphi und einige von euch haben es ja schon mitbekommen, das Runes Reforged System ist jetzt offiziell draußen. Ich habe es mir angeguckt und ich finde es ist sehr verwirrend für neue Spieler, beziehungsweise gerade für welche die sich nicht so damit auseinandersetzen. Ich habe es getan, ich habe mich damit auseinandergesetzt und möchte euch das Ganze einfach mal etwas näher bringen, dass wenn das System rauskommt, dass ihr dann schon mehr oder weniger einen Faden habt. Welche Runen, ich sage immer Runen und Masteries, Runen gehören irgendwie für mich immer mit dazu. Welche neuen Masteries, ich bezeichne es jetzt als Masteries, weil irgendwie kann ich nicht Runen dazu sagen, obwohl das Runen sind, keine Ahnung. Ihr wisst jetzt auch auf jeden Fall, was ich meine, sodass ihr dann halt auch auf jeden Fall wisst, was ihr dann auch haben wollt oder in welche Richtung es gehen sollte. Bevor ich hier, ich habe auch hier einige Notizen, was ich jetzt wie wo gemacht habe und auch warum. Bevor ich das Ganze jetzt durchgehe, sind zwei Sachen ganz wichtig. Erstens, ihr könnt das auch hier unten sehen, das ist noch alles in Progress, das heißt, es könnte sich noch alles verändern, gerade auch bei Inspiration. Hier fehlt eine Rune, keine Ahnung, warum sie das nicht gemacht haben, vielleicht braucht das noch irgendwie Tuning oder sowas. Auf jeden Fall fehlt da eins, das heißt, es könnte sich alles noch über Zeit ändern, von den Nummern her. Ich denke mal, dass die Runen so bleiben, wie sie sind, mit Ausnahme von der einen hier, die noch fehlen. Die andere Sache ist, ich kann euch nicht sagen, ob das, was ich euch sage, so bleiben wird. Warum? Es könnte sich eine völlig andere Meta ergeben und so weiter und so fort. Ich habe mich eine halbe Stunde, eine Stunde oder sowas damit auseinandergesetzt und habe die für mich zumindest persönlich optimalen Sachen hier rausgesucht. Und ihr seht auch hier, dass es schon eingeteilt in gewisse Sachen Precision, mehr für Carries, Domination, für Assassins, hier sind auch mal Beschreibungen dabei. Unleash Destruction unter Sorcery, denkt man Mages, Resolve ist für Tanks und Inspiration ist mehr für Supports. Aber man kann hier schon noch einiges machen. Ich habe das halt, wie gesagt, hier in die Klassenkategorie gemacht. Ich sage jetzt nicht, ein Victor muss dies nehmen, ein LeBlanc muss das nehmen oder sowas, sondern eher der normale Control Mage nimmt dies, die normale Assassin nimmt das und der AD Carry nimmt das. Natürlich dürft ihr nicht vergessen, es gibt verschiedene Champions. So, wenn ich AD Carry sage, denke ich jetzt eher an welche, die viel Autotacken. Da kommt jetzt nicht unbedingt ein Draven mit rein, weil der Autotack zwar schon, aber der ist nicht so von wegen bam, 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 sondern so zack, zack und geht nachs Tod. Ihr wisst, was ich meine. Okay, den Start machen wir mit Assassins. Assassins gehen hier im Normalfall in den Domination Tree rein und was ich hier ausgesucht habe für meinen persönlichen Keystone ist das Electrocute. Das Electrocute ist halt, ihr greift ein Champion an mit drei einzigartigen Fähigkeiten, ganz wichtig, also Fähigkeiten oder Autotacks. Das heißt, sowas wie, ähm, sowas wie, ähm, wie heißt das, eine Kale-E zählt zum Beispiel nicht als zwei Dinger. Ne? Okay. So, ihr macht hier halt, ist ganz normal Thunderlords, nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Ähm, das Interessante hierbei ist, generell bei sehr vielen von diesen Masteries, ist, der Damage ist immer Adaptive. Das heißt, seid ihr ein AP Champion, macht dieser Keystone Magic Damage. Seid ihr ein AD Champion, macht er Physical Damage. Ähm, es gibt zwar noch das Predator, hört sich zwar ganz nice an, ne, ihr channellt das für drei Sekunden, kriegt dann Out-of-Command-Movement-Speed, für 15 Sekunden macht nochmal extra Damage, wenn ihr gegen den Angriff und so weiter und so fort. Das Ding hat drei Minuten Cooldown, was ich scheiße finde. Vielleicht ein Hackerin, für den ist das geil, ne, aber drei Minuten Cooldown auf der Gülle ist mir zu viel. Das ist mir nicht, das ist mir nicht consistent genug, ne. Gerade wenn ich eine Assassin spiele, Assassins sind im Normalfall bereits sehr mobil, von daher ist das hier nicht wirklich gebrauchbar. Es gibt noch den Dark Harvest, der sehr komisch ist. Ich hab auch hier in meinen Notizen aufgeschrieben, ähm, dass ich das Ingame sehen müsste und es ist noch skalierender Damage. Weil immer wenn ihr ein Champion, ein großes Monster, ähm, ein Monster oder sowas unbedingt bekommt, ihr Seelen, ihr seht auch dort ganz unten, 10 Seelen für ein Champion, 2 Seelen für Monster und 5 für Minions, ähm, kommt dieser Damage nochmal als extra Bonus Damage drauf. Ja, wie immer Adaptive Damage. Ich werd das nicht wiederholen, der Damage bei Keystones ist eigentlich fast immer Adaptive, ne. So, aber das Ding ist, nachdem ihr eine Seele aufgesammelt habt, müsstet ihr innerhalb von den nächsten 20 Sekunden dann den Damage machen, damit dieser Seelen Damage extra mit draufkommt. Beziehungsweise damit überhaupt Damage mit draufkommt. Ähm, ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass ich danach so gesehen alle Seelen auf einmal verbrauche oder ob die sich weiter hochstecken. Kann ich euch nicht sagen, aber generell von dem, was ich hier jetzt sehe, ist Dark Harvest eine Investition über Zeit, ne. Mid-Game, Late-Game wird's halt sehr stark sein. Gerade wenn ihr Split-Pushen gehen wollt, bringt ihr im Normalfall doch vor ein Minion um, geht danach auf ein Champion drauf oder sowas. Ähm, aber das Electric Cube ist sehr consistent, ne. Startet jemand 60 Damage, geht auf bis zu 220 hoch. Wir haben jetzt 60 bis 100, das heißt, wir müssen hier wirklich die Seelen sammeln. Ich nehm hier erstmal das Electric Cube mit rein, aus dem Grund, es ist sehr consistent. Okay, die nächste Reihe hier ist ganz einfach, ne. Wir haben hier Zombie-Ward, nachdem ihr eine Ward umbringt, kommt für 30 Sekunden eine Zombie-Ward. Meh. Ghost-Poro, wenn ihr in ein Vision, äh, wenn ihr in ein Gebüsch reingeht, ähm, wird dann dort ein Poro kommen, der euch Vision gibt. Meh, wir sind Assassin. Eyeball-Collection ist genau das, was ihr haben wollt. Ihr bekommt 280 oder 1,480, je nachdem, was ihr seid, permanent. Und ihr bekommt die Hälfte davon, wenn ihr eine Ward kaputt macht. Ihr bekommt hier Damage, ich bin ein Assassin, ich mag Damage. So, das nächste hier, das ist jetzt ganz wichtig, Leute. Weil, hier steht auch drin, Cheap Shot ist eine Noob-Trap. Cheap Shot hier ist eine komplette Noob-Trap. Nachdem ihr Damage auf einen Champion gemacht habt, der impaired ist, oder sich, halt, der irgendwas nicht macht gar nicht, der gesilenced ist, der gesnared ist oder irgendwie sowas, macht ihr extra 12 bis 30 True Damage. Abhängig von eurem Level. Das Doofe ist, der ganze Mist hat 4 Sekunden Cooldown. Im Early Game ist das nice, 12 True Damage ist okay, ne, aber später ist das komplette Gülle. Weil wir haben hier den Sudden Impact, ne, und zwar immer wenn ihr ein Dash, Leap, Blink oder Teleport benutzt, bekommt ihr 5% mehr Damage gegen Champions für die nächsten 3 Sekunden. Das Ganze hat keinen internen Cooldown. Das hat keinen Cooldown. Kassadin, Sprung, Damage. Ja, extra 5% Damage. Zack, ihr springt danach wieder. Mehr Damage. Also, das deckt zwar nicht hoch, ne, aber ihr könnt das hier relativ lange aufrechterhalten. Gerade auch, weil Assassin sehr viele Mobility Spells haben, ne. Zed hat sein W, er hat seine Ulti, LeBlanc hat zwei Dashes, Echo kann springen, Fizz kann zweimal springen. Und so weiter und so fort. Es gibt noch Taste of Blood, aber ihr seid ein Assassin. Also, wenn ihr in einem scheiß Matchup seid, könnt ihr Taste of Blood mitnehmen, um euch die Lane etwas angenehmer zu machen. Aber generell ist Sudden Impact das Beste, was wir haben. Hier im Letzten haben wir hier ein bisschen, meh. Ne, da haben wir einfach nur meh. Es ist zwar ein bisschen Präferenz. Also, das hier alles funktioniert mit einem Bounty Hunter System. Das heißt, ihr bekommt so ein paar Werte und immer wenn ihr ein Champion, das ein Champion einzigartig tötet oder wie man das doch nennt, ne, bekommt ihr nochmal extra was drauf. Hier gibt es Movement Speed, Out of Combat aber, ne, für jeden weiteren Stack gibt es nochmal weiter 8 drauf. Hier gibt es Item Coole and Reduction, ne, ganz cool. Es hängt noch den Coole von Trinkets. Und hier beim Letzten gibt es Spellwärm. Ich denke mal, dass das Ravenous Hunter und Ingenious Hunter wahrscheinlich die Besten sind. Persönlich tendiere ich eher auf Ravenous Hunter. Es gibt euch einfach nochmal etwas Spellwärm dazu. Ist nice, ne. Ist halt einfach nice. Okay. So, jetzt das Interessante an dem ganzen System. Nachdem ihr euren Hauptweg ausgesucht habt, könnt ihr euch einen zweiten aussuchen. Ähm, und ihr seht ja, ich habe hier eine große Rune. Und ich, ah, warte, ich zeige euch das. So, was sehr wichtig ist, ihr bekommt nochmal extra Stats drauf. Ihr bekommt, ne, in dem Fall, weil ich Domination mit einem von den dreien hier kombinieren könnte, bekomme ich 10 AD, äh, 10 AP oder 7 AD. Je nachdem, immer wieder abhängig von dem, was ihr seid. Ähm, das Interessante ist, der Inspiration Baum gibt euch immer mehr Stats. Dafür sind die Mastery-Stores komplett nutzlos. Bis jetzt, finde ich halt. Meine Meinung, darauf werden wir aber später zukommen. Ähm, und ich habe dafür Sorcery ausgesucht. Für die Assassins, ne. Und zwar, ihr könnt euch ja von denen, ihr seht ja hier, die sind immer jeweils, ne, immer drei Spells. Und ihr könnt euch von denen im nächsten Baum zwei aussuchen. Zwar nicht zwei von derselben Reihe, aber generell zwei. Und jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und zwar können wir absolut Focus, einmal den hier, und Gathering Storm mitnehmen, wenn wir mehr Damage haben wollen. Wenn wir straight up mehr Damage haben wollen. Weil, sofern wir mehr als 70% Leben haben, bekommen wir entweder 40 AP oder 28 AD drauf. Also bis zu, ne, bis zu 40 AP oder 28 AD. Das geht mit einem Level. Ist für den Assassin ziemlich nice. Ne. Und halt nochmal Gathering Storm. Wir bekommen, äh, für jede 10 Minuten Endgame, halt 8 AD, äh, 8 AP oder 6 AD. Ihr seht halt auch später, äh, also es startet damit, es geht halt immer höher. Es verdoppelt sich quasi immer fast. Ähm. Ist halt sehr nice für eine Damage output. Und, weil der Rest ist, ist so ein bisschen meh, ne. Wir haben hier Scorch, ein bisschen Magic Damage. Schön und gut, ne. So, I don't know. Ähm. Was gibt es denn sonst noch, was man nehmen könnte? Hier gibt es ein bisschen Movement Speed. Noch ein bisschen AD und AP, aber nur wenn man im River ist. Also generell gibt es hier nichts, was euren Damage output wirklich sehr viel verbessert. Wenn ihr aber öfters eure Ulti benutzen wollt, vielleicht seid ihr ein Z oder, oder wie sowas, ne. So, dann könnt ihr die Kombination mitnehmen aus The Ultimate Head. In Kombination mit Transcendence. So, Ultimate Head kümmert sich darum, euer Ulti, nur euer Ulti-Cooldown ist reduziert um 5%. Und immer, wenn ihr eure Ulti benutzt, vergeht ihr den Cooldown, der Ulti, um weitere 2% runter. Das heißt, ihr könnt hier bis zu 15% extra Cooldown Reduction auf eure Ulti bekommen. Ziemlich geil. Ziemlich geil. So, danach haben wir nochmal Transcendence. Ihr bekommt 10% Cooldown Reduction, wenn ihr Level 10 erreicht. Das ist eigentlich auch so ab Level 9, 10, 11, Pi mal Daumen, sollten Assassin richtig im Spiel dabei sein. Warum? Ab Level 9 ist ihre Hauptfähigkeit maximiert. Ab Level 10 dann in dem Fall Transcendence kickt dann rein. Und ab Level 11 T2 Ulti, was ja ziemlich geil ist. Was hier nochmal extra cool ist, für jeden Prozent mehr Cooldown Reduction, den ihr habt, bekommt ihr nochmal für jeden extra Prozent 2 AP oder 1,4 AD drauf. Das heißt, also rein theoretisch, könnt ihr sagen 6 mal Black Cleaver. Hört sich zwar ein bisschen blöd an, aber nur in der Theorie. Ihr könnt das natürlich auch ein bisschen kombinieren. Ihr könnt der Ultimate Head mitnehmen in Kombination mit entweder Gathering Storm oder Absolut Fokus. Ihr denkt, was ihr haben wollt. Ich bin aber der Meinung, dass das Sorcery Tree der Beste von den ganzen Bolten ist. Aber das ist meine Assassin. So, da kommen wir jetzt als nächstes zum AD Carry. Und da nehmen wir Precision mit. Warum? Dieser Baum ist eigentlich nur gemacht für AD Carries. Also muss ich halt echt sagen. So, meine Notizen. Wir haben hier Oppress the Attack. Hört sich zwar ganz cool an. Attacking the same champion creates endlessly stacking attack damage. Das heißt, solange ihr denselben Champion angreift, bekommt ihr unendlich viel AD, solange ihr weiterhin denselben Champion angreift. Doppelt so viel für Midi-Champions. Die Stacks halten 4 Sekunden. Wenn ihr das Target wechselt, behaltet ihr die Hälfte der Stacks. Das ist ein cooler Keystone, wenn ihr gegen viele Tanks kämpft. Wenn ihr auch eh der Meinung seid, ihr werdet auch nur Tanks angreifen. Sag ich mal, die Gegner haben, was weiß ich, einen Xeon Toplane mit einem Joker Jungle. Das sind halt die Hardtanks. Die werdet ihr angreifen müssen. Diesen Keystone mag ich persönlich aber nicht. Der ist mir nicht consistent, weil die Stacks weggehen. Dagegen gibt es aber Lethal Tempo, was ich super strong finde. Und zwar 1,5 Sekunden. Nachdem ihr einen Champion angegriffen habt, bekommt ihr 30-80% Attack Speed, abhängig von eurem Level, für 3 Sekunden. Wenn ihr einen Champion angreift, bleibt die Dauer auf 6 Sekunden hoch. Und es hat auch nur 6 Sekunden Cooldown. Jetzt stell, ich bin natürlich die Frage, wobei nochmal ganz wichtig, ihr könnt mehr als 2,5 Attack Speed haben, in der Zeit, wo Lethal Tempo aktiv ist. Das heißt, ihr könntet der alte Kogma sein. Als Beispiel, ihr könntet Infinity Edge bauen, mit 5x Phantom Dancer. Das wäre viable, glaube ich. Vielleicht noch ein Lethal Tempo-Bereibung. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Was hier das Interessante ist, ist, ob der Cooldown läuft, nachdem Lethal Tempo zu Ende ist, oder ob er schon läuft, während Lethal Tempo läuft. Weiß ich nicht, aber ich bin der Meinung, dass Lethal Tempo wahrscheinlich der beste Keystone hier aus der Reihe ist. Weil der ist sehr konsistent, auf den kann ich mich immer verlassen. Er geht mir genau immer das, was da drauf steht. Währenddessen Press-D-Tag immer davon abhängig ist, dass ich quasi erstmal nur Tanks angreife. Warum Tanks? Squishy ist ja eh Squishy, die tötet ihr mit 3, 4 Hits oder sowas. Tanks halt nicht, die halten mehr aus. Von daher kann man es ja besser abusen. Es gibt dann noch Fleet Footwork, was ich komplett Garbage finde. Und zwar, ihr baut wieder Energie-Stacks auf, ab 100. Euter nächster Attack haltet euch hoch, um 5 bis 50. Plus nochmal ein bisschen eurer AD oder AP. Wobei halt in dem Fall eher AD, weil wir gehen von AD-Carries aus. Und gibt euch 30% Movement Speed für eine Sekunde. Das Problem hierbei ist, das alte Warlords hat mit Crit nochmal funktioniert. Von daher ist Fleet Footwork, ja, ist komplett Garbage, meiner Meinung nach. Vielleicht für sowas wie den Draven, wie gesagt. Weil Press-D-Tag kann er nicht viel mit anfangen, glaube ich. Weil die Gegner eh schnell sterben. Lass ich mal so stehen. Lethal Tempo, braucht er Attack Speed? Ich, ne? Fleet Footwork, naja, ein bisschen Heal, ein bisschen Movement. Vielleicht, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir Lethal Tempo mit, weil es einfach sehr konsistent ist. Beim nächsten Baum hier haben wir nicht viel, also hier zur Auswahl. Wir haben hier Presence of Mind. Kümmert sich einfach nur darum, dass ihr ein bisschen Mana wiederbekommt. Wir haben Triumph, was euch 15% eures fehlenden Lebens wiedergibt, nachdem ihr an einem Champion-Kill dabei wart. 100 Nummer 25 Gold. Oder wir haben Overheal, was sich darum kümmert, dass wenn ihr, naja, Overhealed werdet, dass ihr dann ein Schild bekommt. Ähm, ich finde, Overhealed ist sehr abhängig von dem, was ihr im Team habt. Ne? Also, Raka ist Overhealed halt geil. Ähm, Triumph ist aber immer konsistent. Deswegen entscheide ich mich hier fürs Triumph. Der nächste hier ist auch ganz einfach. Wobei, hier gibt es auch eine Noob-Falle und das ist Bloodline. Also, das hier ist generell die Legend-Reihe, ne? Alle hier sind vom Aufbau her gleich, nur die man andere Effekte. Ähm, ihr bekommt Legends-Decks. Ja? Und zwar, ihr seht hier gerade, wenn ihr einen Champion umbringt, bekommt ihr 20. Wenn ihr ein episches Monster umbringt, bekommt ihr 20. 24 für ein großes Monster killen und 1 für Minion. Und ab 30 bekommt ihr immer einen Stack, ne? Ab 30 Legend-Stacks, so. Und das hier ist Bloodline. Bloodline gibt euch, ihr bekommt, ne? 1% Lifestyle für jeden Stack. Das heißt, ihr startet mit 0 und ihr könnt maximal 5% Lifestyle rausbekommen. Wuhu! Bis, keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall, finde ich Müll. Warum? Das werdet ihr auch gleich sehen. Es gibt nochmal Legend mit Tenacity. Ist für euch als AD Carry nicht so ganz so wichtig. Sondern es gibt hier Alacrity. Ja, ihr bekommt 5% Attack-Speed fest drauf. Plus nochmal 3% für jeden Legends-Deck. Das heißt, ihr habt hier eine Mastery, die euch 20% Attack-Speed gibt. Ich persönlich sehe mehr Wert in 20% Attack-Speed, wovon ich 5% oder so schon mitbekomme. Als in 5% Lifestyle, wovon ich, naja, gar nichts bekomme, weil ich erstmal etwas machen muss. Von daher entscheide ich mich hier für Alacrity. Erhöht wirklich unseren Damage-Output. Die letzte Reihe hier ist frei. Ihr könnt Coop de Grace mitnehmen. Ihr macht 5% mehr Damage an Champions, die weniger als 40% Leben haben. Ihr könnt Cutdown mitnehmen. Ihr macht bis zu 8% mehr Schaden an Champions, wenn sie mehr Leben haben als hier. Leider steht hier nicht genau dran, wie viel. Ist, denke ich, mal gut gegen Tanks. Oder halt nochmal Last Stand. Ihr macht halt bis zu 5% mehr Damage, wenn ihr unter 80% Leben seid. Ist okay. Ich denke mal, es ist freie Wahl. Wichtig ist, wenn ihr eure Runen selber macht. Ich packe auch den Link in die Beschreibung rein. Drücke hier immer auf Show Detail, damit ihr hier mehr Details einfach rausbekommt. Weil wenn ich jetzt hier drauf drücke, steht hier nochmal genau drauf, wie viel Attack-Speed und so ich bekomme. Ähm, das nächste, wo ich die Punkte reinstecken würde, ist Sorcery. Ja, und zwar nicht in Domination. Das ist so ein bisschen mehr Assassin-Kram, ne. Revena-Santa ist ein bisschen mehr Spell-Vamp. Ähm, sonst gibt es hier eigentlich nicht wirklich viel, was ihr anfangen könnt. Vielleicht ist Taste the Blood ziemlich nice in scheiß Lanes. Ne, wo ihr immer so ein bisschen Sustain haben wollt oder irgendwie sowas. Aber an sich, hier gibt es halt echt nicht viel. Ähm, so, wir gehen hier in D-Tree rein. Und zwar, ich muss sagen, es war schwer, etwas Gescheites zu finden. Ähm, ich könnte mich natürlich auch irren. Aber ich denke mal, dass hier Absolute Focus in Kombination mit Gathering Storm einfach am besten ist. Gibt es einfach nochmal Damage, ne. Wenn ich mehr als 60% Leben habe, bekomme ich nochmal extra AD drauf. Und je länger das Game geht, desto mehr Damage bekomme ich auch. Gerade auch für mich als AD-Carry, also generell für euch AD-Carry-Spieler. Ähm, ist, denke ich mal, Mid-Game, Late-Game eh der wichtige Punkt. Das heißt, bis dahin wird Gathering Storm euch nochmal 18 AD geben. 18 bis 36, je nachdem halt. Und Absolute Focus wird euch dann auch nochmal etwas, äh, Damage geben. Okay, das hier war mein Kram für AD-Carry. Jetzt haben wir die Mages, ne. Die Mages gehen hier natürlich in den Sorcery-Tree rein. Und hier war die Entscheidung ganz einfach. Es gibt Summon Avery, das ist so eine Art Schild plus Damage machen für den Gegner gleichzeitig. Wenn ihr Damage auf einen Gegner macht, bekommt ihr nochmal extra Damage drauf. Wenn ihr, ähm, ein Verbündeten schildet oder auch Hield, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Nein, nur schildet, gibt es einfach nochmal ein extra stärkeres Schild drauf. Wichtig ist, ähm, bis dieser Geist fertig ist, auf einen drauf zu fliegen, kann er nicht normal geprogt werden. Das heißt, ihr könntet nicht auf 5 Leute gleichzeitig prognen. Sowas ist, denke ich mal, ganz nice für Champions wie, wie eine Lux zum Beispiel, wie eine Oriana. Champions, die Damage machen können, aber auch schilden können. Ähm, ja. So, keine Ahnung, mehr kann ich dazu einfach gar nicht sagen. Es gibt hier aber, äh, Arcane Comet, einfach nur Damage, macht 40 bis 100 Damage, aber hat hier ein besseres Scaling. Wir haben hier halt 10 plus 40 Damage based on Level. Ähm, und dann halt nochmal eine relativ schwache Ratio, während wir hier full of Damage sind und auch auf einem niedrigeren Coulon, 20 bis 8 Sekunden. Ist ziemlich nice. Es gibt hier nochmal so eine Storm Raider Version. Ihr müsst halt 3 unique Attacks oder Abilities auf den Gegner machen. Bekommt 30 bis 60% Movement Speed drauf. Das Wichtige aber ist, ihr bekommt nicht mehr die Slow Reduction als Mage, sondern ihr bekommt nur noch Midi-Champions und Mages sind im Normalfall halt Range-Champions, ne. Von daher ist das eine schwächere Version von Storm Raiders, äh, Arcane Comet, einfach nochmal für die Damage Output. Ist hier ziemlich geil. Ähm, dann haben wir hier nochmal zwei Möglichkeiten. Entweder Ultimate Head, ne, hatten wir bereits. Oder wenn ihr gegen AP Assassins in der Mitte spielt, könnt ihr auch über Nullifying Orb nachdenken. Weil wenn ihr noch 30% Leben habt, bekommt ihr ein Magic Damage absorbierendes Schild, welches 30 bis 120 Magic Damage einfach blockt, ähm, und nochmal ein bisschen Scaling an. Ist halt, ist ziemlich nice und scheiß Midi-Mage-Hups, ne. Kann man machen. In dem Fall, ähm, ich exige jetzt hier nochmal Mana Flow Band. Und zwar, äh, alle 60 Sekunden wird eure nächste Fähigkeit nichts kosten. Ihr bekommt die Mana und Energiekosten wieder. Ja, das heißt, ihr müsst den Spell erst machen und danach bekommt ihr es halt wieder. Und ihr bekommt danach 10% eures fehlenden Manas oder eurer Energie wieder. Finde ich nicht ganz so nice. Mana Management solltet ihr eigentlich drauf haben. Von daher Ultimate Head oder Nullifying Orb, je nachdem, ne. Okay, was haben wir hier für die nächste Reihe? Ah, die ist auch ganz einfach. Ihr könnt Transcendence mitnehmen. 10% Cooler darstellen, wenn ihr über 10 seid, hat man bereits halt. Äh, oder Absolute Focus nichts besonders. Das heißt, entweder wollt ihr mehr Damage haben oder ihr wollt mehr Cooler haben. Es gibt hier nochmal, äh, Celerity. Clarity, spreche ich das richtig aus, ne. Ihr bekommt halt 3% Movement Speed. Aber ihr bekommt für 8% eure AD oder AP, wird nochmal in Movement Speed umgewandelt. Gerade sowas wie ein Aurelion freut sich darüber. Aber der generelle, im Normalfall der Control Mage, sollte er Absolute Focus oder Transcendence mitnehmen. Freie Auswahl. Ich nehm hier in dem Fall einfach mal Absolute... Ne, ich nehm hier einfach mal Transcendence mit rein, weil ich hier, äh, Ultimate Head drin hab, ne. Das synergiert halt sehr gut mit der Nutzung. So, das letzte, Leute, wie gesagt, Scorch ist eine Loopfalle. C-Bus 40, Magic Damage, Space and Level, das ist gar nix. Der macht einen Minion sogar mehr Damage, ne. Äh, Water Walking ist zwar nice, 30, äh, AP oder 21 AD. Wenn ihr nochmal mit etwas Movement Speed im River seid, wenn ihr roben wollt. Aurelion freut sich darüber, aber im Normalfall dann halt eher das Gathering Storm. Einfach nur, weil Damage. Naja, weil Damage, okay. Warte mal, es gibt dann jetzt hier zwei Möglichkeiten für Mages. Und da könnt ihr einmal in Domination reingehen. Ja, ganz wichtig. Und zwar könnt ihr hier die Kombination aus Ravenous Hunter mitnehmen. Und, Moment, und Eyeball Collection. Ne, Ravenous Hunter gibt euch Spellvamp. Ist hier ganz wichtig, hier steht nicht drin, ob es, äh, hier steht einfach nur Spellvamp. Ist nice, ne, für ein bisschen Sustain. Und halt nochmal Eyeball Collection, welches euch, seriously, einen Moment kurz, Leute. Okay, Leute, die Müllabfuhr war eben hier. Ähm, aber ja, so, halt Eyeball Collection, mal für ein bisschen mehr AD und AP, je nachdem halt auch, wie lange das Game geht. Ist, ist ganz nice, ne. Ne, die Alternative, die wir haben, ist es, in den Precision-Spiel reinzugehen. Und zwar können wir hier dieses, eins dieser drei Sachen mitnehmen, ne. Für mein Damage, je nachdem halt, gegen was ihr spielt, was ihr haben wollt und so weiter und so fort. Ich nehme jetzt hier einfach mal wieder das Coop de Grace mit. Und dann jetzt hier das Triumph, einfach nochmal ein bisschen Sustain, ein bisschen extra Gold, kann man machen. Ihr habt hier aber die freie Auswahl. Ähm, jetzt kommen wir hier zu den Tanks. Tank, der Tankbaum ist sehr, ich glaube, der Tankbaum ist meiner Meinung nach der am besten, der beste Baum von allen. Ähm, im Sinne von, 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 für Tanks. Der, der gibt euch alles und der synergiert auch sehr gut ineinander. Äh, wenn, ich hab auch hier auch die meisten Notizen zum Tankbaum. So. Wir haben hier einmal das Grasp. Es ist mehr oder weniger genau wie das alte Grasp von der Funktion. Ja, das Interessante dabei aber ist, äh, wenn ihr Grasp auf ein Champion prockt, erhöht sich euer Max-Leben um 5. Ist doch nice, oder? Ist doch nice, oder? Für Rang-Champ ist, bekommt man nur zwei Leben drauf. Es ist halt, ne, mehr oder, genau, von der Funktion her genauso, es ist genauso wie das alte Grasp. Jetzt gibt es Guardian. Ganz kurze, es ist dafür da, dass, äh, wenn ihr, wenn ihr ein Tank seid, der peelen wollt, wenn ihr euren Carry etwas mehr am Leben halten wollt, könnt ihr ihn nochmal schilden. Und dann gibt es jetzt hier ganz neu, das Aftershock. Aftershock ist meiner Meinung nach ziemlich geil. Nachdem ihr CC auf ein Gegnerischen Champion macht, erhöht sich eure, äh, Amo und Magie Resilie um 10 plus 30% für 2,5 Sekunden. Nach 2,5 Sekunden macht ihr Schaden an Gegnern in der Nähe, ne, wir haben 40 bis 140 Damage, plus nochmal 3,5% eures maximalen Lebens drauf. Hört sich geil an, ihr habt ja also Anpassung. Wenn ihr Damage machen wollt, nehmt ihr Grasp mit. Wenn ihr eher peelen wollt für euer Team, nehmt ihr Guardian mit. Und wenn ihr ein Engage Tank seid oder generell ein Engage Champion, ist Aftershock ziemlich geil. So, jetzt werdet ihr jetzt auch gleich sehen, was ich meine. Weil jetzt haben wir das Perservance. Nachdem ihr ein Summoner Spell gemacht habt, bekommt ihr 25% Tenacity und 25% Slow Resistance für 10 Sekunden. Es erhöht eure Bonus-Amo und Magieresistenz für 7% für jeden Summoner Spell, der bei euch auf Coulon ist. Das heißt also, wenn ihr ein Engage Tank seid, ist Perservance ziemlich geil. Warum? Ihr flasht rein, 25% Tenacity, 25% Slow Resistance, generell erhöhte Resistenzen. Was nochmal gut, sondern geht mit dem Aftershock zusammen, ziemlich geil. Es gibt noch den Demolish, bei dem war ich mir nicht ganz sicher. Der hier könnte ziemlich OP sein. Und zwar, nachdem ihr 4 Sekunden innerhalb der Range von einem Tower seid, macht euer nächster Attack auf den Tower 375 Damage plus 20% eures Maximallebens als Bonus physischen Schaden nochmal drauf. Ich glaube, man könnte damit sehr gut Tower auseinandernehmen. Müssen wir ein Ingame sehen, ich bin mir hierbei nicht ganz sicher. Den nehme ich aber hier erstmal in meine Masteries nicht mit rein, weil der wohl sehr situationsabhängig ist. Von daher schauen wir uns nochmal Fond of Life an. Fond of Life ist quasi einfach nur ein Baby-Bond of Stone. So, ihr könnt den Gegner markieren, Champions greifen ihn an, die heilen sich. Ihr heilt euch aber auch selber um ein Drittel des Dinges so. Ihr kriegt selber ein Drittel der Heilung, wenn ihr das Ziel auch nochmal angreift. Ist halt ziemlich nice, könnte man vielleicht auch sehr nice mit dem Grasp nochmal kombinieren. Nur eine Idee, so. Aber generell, Perservance ist sehr nice mit Aftershock und Fond of Life ist sehr gut mit dem Grasp. Also wenn ihr ein Engage-Tank seid, eher Perservance. Wenn ihr ein peelender Tank seid, ist Fond of Life halt ziemlich geil. Ich nehme in dem Fall jetzt mal hier einfach das Perservance mit rein, einfach nur, weil die Synergie sehr gut ist mit dem Aftershock. So, das nächste. Hier gibt es auch eine Loop-Falle. Es gibt einmal Iron Skin und Mirror Shell ist beides dasselbe, nur es funktioniert für die andere Resistenz in dem Fall. Das heißt, bei Mirror Shell ist es Magie-Resie, bei Iron Skin ist es Armour. Ihr bekommt drei Armour drauf, wenn ihr euch heilt, für mindestens 20. Egal wovon, ob es ein Pot ist, ob es jemand anderes ist und so weiter und so fort. Bekommt ihr nochmal 5% Armour drauf für drei Sekunden. Wie gesagt, Mirror Shell genau dasselbe, nur Magie-Resie. Dann gibt es aber Conditioning. Nach 10 Minuten bekommt ihr 6 Armour und 6 Magie-Resie drauf und eure gesamte Armour und Magie-Resie erhöht sich um 5. Um 5. Ich finde, das hört sich viel besser an, oder? Weil ihr müsst das so sehen. Mirror Shell progt nicht immer und es ist nur 3 Magie-Resie. Es ist nur 3 Magie-Resie flat und dann aber 5% für jeweils 3 Sekunden. Währenddessen Conditioning nach 10 Minuten zwar erst aktiv ist, aber hier kommen 6 Armour und 6 Magie-Resie drauf und 5% für Armour und Magie-Resie. Und im Normalfall ist ein Tank immer ein Tank. Ein Tank wird im Early Game nicht wirklich sterben. Da kann vielleicht ein bisschen unter Druck gesetzt werden. Aber so ab der 10. Minute, ab der 15. Minute, da kommt er locker hin, ohne Hardcore gepunished zu werden. Je nachdem halt noch, wie die Meta ist. Deswegen, ich finde 10 Minuten ist nicht viel. Das, was ich bekomme, ist besser. Es ist consistent. Von daher nehme ich eher das Conditioning mit über allem anderen. Ist einfach besser. Und ihr bemerkt jetzt auch hier schon. Aftershock, Preservance, Conditioning, sie geht alles sehr gut miteinander. Im letzten Baum haben wir Overgrowth mit Revitalize und Second Wind. Overgrowth ist meiner Meinung nach auch eine Noob-Falle. Für jedes 10. Monster oder, oder, geht mir auch schon Minion, das in eurer Nähe stirbt, bekommt ihr 0,2% Maximalleben drauf. Hört sich jetzt erstmal geil an. So, die Leute, seht mir darüber nach. Nach 100 CS, wie viel bekommt er? Wie viel bekommt er? 2%. 2%, Leute. Im Durchschnitt haben wir ein Game, wo ihr vielleicht bei 200 CS, äh, 306% mehr leben. Es ist halt eine sehr harte Investition. Es würde sich aber in Synergie hier mit dem Grasp lohnen, ja. Sonst finde ich, ist das hier eine Noob-Falle. Also auf Low-Elo würde ich euch das vielleicht nicht unbedingt empfehlen, weil da nicht so viel Wert auf Farmen und sowas gelegt wird. Aber je höher ihr in der Elo kommt, desto, äh, effizienter wird das Ding auch. Es gibt noch Re-Vitalize, welcher hier mein Favorit ist. Äh, Heels und Shields sind um 5% stärker. Und ihr bekommt nochmal zusätzlich 10%, ja, ähm, welche, welche auf 40% Leben sind. Jetzt stelle ich mir hier die Frage, sind die Heels und Shields auf mir selbst stärker? Oder nur, wenn ich sie auf andere drauf mache? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Müssen wir nochmal gucken. Ähm, ich denke eher, dass es auch auf mir gilt. Hoffe ich mal. Wenn nicht, ist Re-Vitalize eine gute Kombination mit Guardian, ne? Weil ich dort nochmal schildern kann. Aber dann haben wir halt hier nochmal Second Wind, ne? Wenn ihr Damage bekommen habt, vor allem, geht das Champion, haltet euch mit 4% eures fehlende Lebens hoch, äh, über 10 Sekunden. Hört sich zwar ganz nice an, aber ich musste auch sagen, es ist halt über 10 Sekunden 4% des fehlenden Lebens. Das ist vielleicht doch nicht ganz so viel. Vielleicht gut, wenn ihr gegen ein Poke-Team spielt oder sowas, aber an sich, meh. So, ne? Ist, ist okay. Wie gesagt, mein Favorit ist erstmal Revitalize. Es könnte sein, dass ich mich hierbei irre. Ähm, aber wenn es nicht so ist, wie ich davon ausgehe, dann ist es halt so. So. Tanks haben hier ein bisschen mehr Optionen. Und zwar können wir einmal in den Precision Tree reingehen. Oder? Oder? Okay doch. So, und dann können wir hier einmal Legend Tenacity aussuchen. Tenacity ist ein sehr guter Wert für einen Tank. Damit kann man gut was anfangen. Ähm, damit kann man 20% Tenacity bekommen, for free. Und kann sich dann, wenn man sich zum Beispiel die Frage stellt, oh, brauche ich Mercs? Weil die Gegner viel CC haben. Oder Tabis, weil die Gegner ja auch viel Order-Attack-Damage haben. Zack, in dem Tenacity mit rein. Ähm, und danach nochmal die Ninja-Tabis mit dazu. In Kombination mit entweder Overheal oder Triumph, je nachdem, was ihr spielt, was auch euer Team hat und so weiter und so fort. Ich nehme in dem Fall jetzt einfach erstmal Triumph mit rein, um das hier einfach so zu zeigen. Ähm, oder? Die können sogar in Sorcery reingehen. Und zwar, the ultimate head in Kombination mit Transcendence. Wenn ihr zum Beispiel so etwas seid wie ein Shen, ne? Etwas, was sehr von seiner Ulti abhängig ist, wenn ihr etwas engagen wollt, weil ihr Maokai seid, ähm, oder, oder, oder Nautius oder was weiß ich auch. Ist auch eine Möglichkeit, ne? Kann man machen. Die Kulon-Reaction ist ziemlich nice, weil im Normalfall sind Ulti-Fähigkeiten auf Tanks halt immer sehr wichtig. Okay, das ist mein Tankbaum. Ähm, das war's so eigentlich mit dem Ganzen. Ich frage dich jetzt bestimmt, Silphi, was ist denn mit Supportern? Du hast zu Supportern nichts gesagt, ja? Das ist richtig, warum? Dieser Baum hier ist kompletter Müll. Dieser Baum hier ist kompletter Müll und ich kann's auch einfach mal... Okay, warte, wir gucken ihn uns zuerst mal an und danach sag ich euch, warum ich finde, dass er Müll ist. Okay. Wir haben hier die Keystones, ne? Basic Attacks, äh, No Champion Slow Stamp, bla, bla, bla. Ihr könnt hier nochmal extra slown und so weiter und so fort. Wenn du mal ein Item benutzt, kommt nochmal so ein AOE Slow, ne? So, dann gibt's hier noch den Summoner Specialist. Ihr könnt eine Kulon-Eure Summoner Spell senken. Ihr könnt Summoner Spell auch ingame austauschen. Hört sich doch erstmal nice an, ne? Ich würde hier persönlich den Summoner Specialist mitnehmen. Warum? Wenn ich ein Support bin, was weiß ich, sag ich mal, ne Jenner oder sowas, könnte ich vielleicht die Lane mit Ignite spielen oder so. Ne, ich könnte die Lane mit Exhaust spielen, damit ich nicht gecrushed werde und könnte danach meinen Exhaust auf Heal wechseln, um mehr zu healen. Warum ist mir aber hier ärger, sind diese ganzen Fähigkeiten, die hier drin sind, ne? Hextech Flash Traptation. Ihr könnt, kriegt damit ein Baby Flash quasi, ne? Ähm, ich hab dazu auch ein Video gemacht. Quasi ihr, wenn euer Flash auf Kulon ist, wird euer Flash durch den Scheiß ersetzt. Ihr könnt es für bis zu 2,5 Sekunden lang channeln und danach ein kleiner Baby Flash machen. Es gibt nochmal die Cookies. Ihr bekommt alle 3 Minuten ein Cookie dazu, bis hin zur 12 Minute. Das heißt, 4 Cookies. Ihr heilt dann 50% eures fehlenden Lebens und erhöht euer Mana Cap um 40 für immer. Und halt nochmal Perfect Timing. Das sind Sachen, über die muss ich nicht wirklich reden, ne? Ähm, dann haben wir hier halt nochmal Magical Footwear. Und, äh... Leute, ihr könnt euch das ja selbst durchlesen, wenn ihr wollt. Die, die... Ah, warte, nein, nicht ich. So, das, das, das Ding ist einfach, hier ist Utility drin, die, die komplett scheiße ist. Leute, ich will, ich will dir nicht die ganze Scheiß erklären, weil sie total behindert ist. Weil, was ich mir eher denke, ey, okay, ich bin ein Alistair, sag ich mal. Zack, ich gehe in Resolve rein. Der, der, der beste Baum, ne? Kann ich Aftershock mitnehmen, kann ich Preservance mitnehmen, kann ich Conditioning mitnehmen und kann ich, was weiß ich, äh, hier, Revitalize mitnehmen. Danach könnte ich mir irgendwas aussuchen. Danach könnte ich sagen, okay, ich gehe hier in den Baum rein, weil ich möchte vielleicht Futures Market haben, damit ich Schulden aufnehmen kann, damit ich schneller meine Items rankomme. Ne? Oder ich könnte dann sagen, okay, ich nehme Cosmic Insight mit, um Coole Action oder sowas zu bekommen oder Cookies oder was weiß ich auch. Aber dieser Baum an sich, diese Hauptfähigkeiten an sich, sind komplette Scheiße. Ihr seid ein, ihr seid ein Brand, ja? Ho, der Sorcery Baum. Arcade Combat und die Gegner wegballern. Ihr seid, äh, ne, ne Lulu, die Damage machen kann und, und schilden kann. Ha, einfach Summon Aerie mitnehmen. So, so wisst ihr, was ich meine? Die Möglichkeiten, die mir die anderen Bäume geben, sind einfach tausendmal besser. Ja, weil ich kann, ich kann auf jedem Support Sorcery oder Resolve mitnehmen. Weil entweder bin ich ein Tank, ich bin ein Damage Dealer oder ich bin für Peel zuständig, ne? Und dann, als Beispiel jetzt, ne, ihr seid, was weiß ich, ihr seid jetzt Lulu oder, oder Jenna oder sowas. Zack, nehmt ihr den hier mit. Ähm, Mana Flow Band, um euch um eure Mana Probleme zu kümmern oder die Ultimate Head, um halt öfters Ultimates zu machen. Ähm, hier in der Baume könnt ihr dann entweder Transcendence mitnehmen für nochmal extra Cooler Reduction. Gerade auch Support Items geben sehr viel Cooler Reduction. Das heißt, ihr könnt ja die dann auch nochmal stacken ohne Probleme, um euch die extra IP zu holen. Oder, ähm, ja, das war's eigentlich auch schon so, ne? Äh, und dann hier, keine Ahnung, ihr könnt Water Walking mitnehmen, ihr könnt Gathering Storm mitnehmen, ihr könnt Scorch mitnehmen. Und danach könnt ihr euch sagen, hey, okay, ich bin dann, vielleicht dann, ich bin, was weiß ich, wer ich bin, ne? Die geh ich jetzt hier rein, zack, nochmal 5% extra Cooler Reduction drauf. Und dann jetzt hier rein, nochmal extra, dass ich Goldschuld aufnehmen kann. Versteht ihr? Also, ich denke mal, ihr solltet dieses Prinzip verstehen. Der Inspiration-Baum an sich ist so scheiße, dass ihr die Finger davon lassen solltet. Aber ja, Leute, das hier war's, ähm, mit meinem Video. Ich denke mal, es ging auch wirklich etwas sehr lange. Aber ich wollte es einfach nochmal etwas genauer erklären. Ähm, was ist eure Meinung dazu? Besonders zum Inspiration-Baum seht dasselbe genauso wie ich. Ihr findet den Link eh in der Beschreibung. Und ich würde sagen, Leute, ich bin auch erst mal weg. Tschüss, tschüss. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.